So, willkommen bei Kochen und Backen in der kreativen Männerküche. Wenn Kinder sich was Gesundes wünschen zum Essen, ist das auf jeden Fall ein absoluter Vorteil. Es gab heute lecker Gemüse, gelbe und orange Karotten und Romanesco und Kartoffeln. Ich tue die natürlich Dampfgarn, damit der Geschmack und die Vitamine drin bleiben. Dazu frischen Fisch. Wir waren heute extra auf dem Märkle. Die Kinder haben sich super darüber gefreut, dass wir dort einkaufen. Ist natürlich dann auch regional und saisonal. Das passt sehr gut. Dazu gibt es ein kleines Video. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020